Heute möchten wir Ihnen gerne einige Kabinen unterschiedlicher Kategorien der Mein Schiff 1 näher vorstellen. Alle Kabinen verfügen über eine Minibar, einen Flachbittfernseher sowie über eine Nespresso-Maschine. Wer sich tagsüber fast ausschließlich an Bord aufhält, der kann die Nacht in einer der preisgünstigeren Innenkabinen verbringen. Diese sind 16 Quadratmeter groß und modern und komfortabel eingerichtet. Die Innenkabinen können mit bis zu vier Personen belegt werden. Wenn Sie lieber den Blick auf das Meer genießen möchten, empfehlen wir Ihnen eine der 17 Quadratmeter großen Außenkabinen. Die Betten können wahlweise zusammen- oder auseinandergestellt werden. In dieser Kategorie finden Sie die sieben barrierefreien Kabinen vor. Die Balkonkabinen bieten Ihnen noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Auf einer Kabinengröße von 17 Quadratmetern sowie einer Balkongröße von 5 Quadratmetern können Sie Ihren Urlaub in entspannter Atmosphäre genießen. Der Balkon ist mit zwei Stühlen und einem Tisch ausgestattet. Hier können Sie sich den Wind um die Nase wehen lassen. Eine persönliche Hängematte auf der Kabine? Kein Problem bei den großzügig gestalteten Verandakabinen. Mit einer Wohnfläche von 16 Quadratmetern bieten diese Platz für bis zu vier Personen. Die 9 Quadratmeter große Veranda verfügt neben der Hängematte über einen Tisch, zwei Stühle sowie einen Liegestuhl, um entspannt die Sonne genießen zu können. Sie reisen mit Familie? Dann sind Sie in einer der Familienkabinen bestens aufgehoben. Diese sind für maximal fünf Personen ausgerichtet und bieten auf einer Größe von 20 Quadratmetern genug Platz für Privatsphäre. Die Schlafplätze können durch Schiebetüren voneinander getrennt werden. Die großzügige Veranda mit sieben bis neun Quadratmetern ist neben einem Tisch, zwei Stühlen und einem Liegestuhl mit einer Hängematte zum Entspannen ausgestattet. Besondere Highlights sind die Captain Sharky Bettwäsche für Kinder unter acht Jahre sowie die Xbox auf den Familienkabinen. Möchten Sie noch mehr Luxus erleben? Dann empfehlen wir Ihnen eine der 22 Quadratmeter großen Junior-Suiten mit einer 13 bis 19 Quadratmeter großen Veranda, wo Sie die Seele in Ihrer privaten Hängematte baumeln lassen können. Sie kommen in den Genuss des Excellence Service, der neben Tischreservierungen auch den freien Zutritt zur X-Lounge beinhaltet. Genießen Sie höchsten Komfort und Luxus in den Suiten der Mein Schiff 1. Entdecken Sie die Annehmlichkeiten wie einen begehbaren Kleiderschrank, eine Sitz- sowie Couch-Ecke oder den optisch abgetrennten Wohnraum auf 49 Quadratmetern. Erleben Sie den Exzellent Service und eine großzügige Veranda mit 24 Quadratmetern. Wenn Sie sich für eine Junior-Suite oder Suite entscheiden, dann können Sie sich jederzeit ohne Aufpreis an der Minibar und den Nespresso-Kapseln bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns gerne kostenfrei an. Wir freuen uns auf Sie!